Hallo liebe Kinder, ich bin's wieder, Theresa, und ich freue mich, dass Gina da ist. Hi! Wir machen heute ein Sprachspiel, bei welchem man ganz toll erklären können muss. Ich weiß, dass ganz viele Erwachsene einen Beruf haben. Zum Beispiel meine Mama, sie ist Sekretärin, und meine Oma hat in einer Bank gearbeitet. Und es gibt ganz viele verschiedene Berufe, die man lernen kann, wenn man groß ist. Und ich beschreibe heute Berufe, und Gina muss raten. Und dann wechseln wir uns ab. Das, was wird. Okay, wir nehmen den ersten Beruf. Es ist eine Person, die arbeitet mit ungefähr 20 Kindern zusammen. Sie hat eine Tafel, und sie hat Kreide und ein Smartboard. Also, da wir in den Kindergärten keine Tafeln und keine Kreide haben, vielleicht eine Lehrerin? Sehr gut, genau. Gut, ich mache noch einen anderen Beruf. Es ist nun ein Beruf, den man draußen machen kann. Manchmal fallen die Äste von den Bäumen runter, oder die Bäume müssen beschnitten werden. Und dafür gibt es Personen, die sich darum kümmern. Wie heißen die denn? Sind das Baumschneider? Oder Baumpfleger, genau. Die habe ich schon oft gesehen. Gut, dann mach du mal zwei Berufe. Okay, lass mich mal überlegen. Der Beruf, den ich mir ausgedacht habe, da kommt jemand immer einmal im Jahr zu einem nach Hause. Und dann ist es hinterher immer ganz dreckig in der Wohnung. Nur einmal im Jahr kommt der? Ist der schwarz? Ja. Dann könnte es der Schornsteinpfleger sein. Richtig. Okay. Okay, und dann habe ich noch einen Beruf. Da fliegt jemand in den Weltraum. Eine Astronautin. Genau, in der Rakete fliegen die nämlich. Genau. Ja, Männer oder Frauen, die Astronauten oder die Astronautinnen. Genau. Wow, und dann könnt ihr jetzt mal überlegen, welche Berufe eure Eltern haben oder was ihr werden wollt und könnt das erklären. Bis morgen. Tschüss. 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 Vielen Dank.